Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Ihr habt es schon gehört, Punica ist zurückgekehrt. Ich habe es heute endlich geschafft und eine Punica gefunden. Ich habe sie nicht im Supermarkt gefunden, sondern in einem Getränkemarkt. Und zwar hier in Hamburg im Getränkemarkt Rewe bei den Heide. Falls ihr da auch mal auf Punica Oasensuche gehen wollt. Die Punica Fruchtig Rot ist zurück. Und ich habe vorab gelesen, dass die Rezeptur auch verbessert worden sein soll. Deswegen habe ich ja mal drauf geguckt und mit der alten Rezeptur verglichen. Und es sieht tatsächlich danach aus. Zunächst einmal sind die ohne Süßungsmittel. Das finde ich ganz, ganz cool. Hergestellt ohne Süßungsmittel. Fruchtgehalt ist 31%. Ich glaube, früher waren es so 30% fruchtig, Rot oder 29%. Ich lasse mich lügen. Auch so um den Dreh. Was reduziert worden ist im positiven Sinne, weil viele Fruchtsäfte bestehen ja gefühlt nur aus Apfelsaft. Apfelsaft ist von 23% auf 22% runter. Dafür gibt es mehr rote Trauben von 3% auf 3,7%. Der Anteil der Himbeere hat sich auch von 1% auf 1,8% erhöht. Und die rote Johannisbeere war früher eines schwarzen Johannisbeeres zu 1% vorhanden. Und eine Sauerkirsche ist ja noch mit 2% drin. Also diese kleinen Fruchtsorten haben ein bisschen mehr Anteil bekommen. Und Apfelsaft weniger. Das empfinde ich tatsächlich als hochwertiger. Und ich finde es auch geil, dass es ohne Süßungsmittel ist. Punica habe ich in den 90ern echt sehr häufig getrunken. In den klassischen Glasflaschen mit dem Superschluck. Und ich habe Punica nie gekühlt aus dem Kühlschrank getrunken. Ich habe sie immer in meinem kleinen Köfferchen auf meinem Weg zur Ausbildung mitgeschleppt. Die Punica-Flasche war ganz schön schwer. So, deswegen trinke ich die auch genauso wie früher. Besser stelle ich die jetzt in den Kühlschrank. Ne, die ist noch angenehm temperiert, sage ich mal. Sie ist nicht warm. Und deswegen teste ich sie so, wie ich sie früher getrunken habe. Meine Lieblingssorte war das fruchtig rot. Und ich mochte auf jeden Fall Melon total gerne. Die Melonensorte hat mir echt so toll angetan. Und auch diese eine spezielle Orangensorte. Wie hieß sie denn? Die hatten ja drei verschiedene Orangensorten. Der Classic Orange. Und dann gab es noch so eine, die war irgendwie anders. Ihr wisst, was ich meine. Die fand ich cool. So. Punica. Wie teuer ist sie jetzt gewesen? 2,24 Euro. Das heißt 1,99 Euro plus 25 Cent Pfand. Und dafür gibt es einen Liter. Guck mal. Kommt auch aus Hamburg hier. Die haben das wieder rausgebracht. Kolumbos Drinks GmbH. Wie schön ist das denn? Finde ich richtig gut. Und es riecht. Leute, es riecht wirklich wie Punica Fuya. Dann kennt ihr euch den Geruch. Wenn man die Flasche aufgemacht hat. Was wirklich schade ist. Das einzige Wärmungs-Tropfen aktuell ist diese Flaschenform. Diese dünnen Fläschchen. Ihr macht es oben. Ja gut. Das ist ein Standard. Muss man wahrscheinlich so machen. Aber jetzt trotzdem gerne irgendwie breiter oben. Das ist erfrischend. Das finde ich lecker. Ich finde es richtig gut gelungen. Also ich bekomme jetzt schon Punica Vibes. Also wirklich so ein Punica Fuya. Aber ich habe es auch schon, wollte ich jetzt gerade sagen, 20 Jahre nicht getrunken. Könnte tatsächlich sehr gut sein. Und wenn ich es jetzt trinke, finde ich es schmeckt sehr gut. Also ich habe das Gefühl, die Sauerkirsche bekommt ein bisschen mehr Präsenz. Das hat dem Ganzen sehr gut getan. Ich finde die richtig lecker. Also es ist ja jetzt Multifruchtgetränk. Es darf sich ja nicht Saft nennen. Saft muss ja ein bisschen mehr als 50% oder Saft muss glaube ich 100% sein. Sonst auf 50% ist es Nektar. Also es ist ein Mehrfruchtgetränk und es ist sehr lecker. Es hat 24 Kalorien auf 100 Milliliter. Also nicht so schorlenmäßig. Hat natürlich keine Kurensäure. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ihr wollt die Bewertung wissen, oder? Okay, ich sage es euch. Ich finde die richtig, richtig gut. So kommt auf meiner Punica Retro. Ich liebe es Skala 9 Punkte. Von 1 bis 10. Punica Fruchtig Rot. 9 Punkte als nächstes. Steht ja noch Multifrucht auf dem Programm. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich die im Kühlschrank testen soll. Oder auch klassisch, wie ich sie immer trinke, bei Raumtemperatur. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald, ihr Lieben.